Wo wart ihr denn heute Morgen? Wir haben es nicht geschafft, auf dem Bett zu kommen. Ich habe 10 Minuten gewartet, aber als sie um 15 Uhr noch nie da war, bin ich alleine gelaufen. Das war ich jetzt schon das 4. Mal. Wo wart ihr denn heute Morgen? Wo wart ihr denn? Es tut uns leid, wir wollten ja kommen, aber wir waren immer zu müde. Wie schaffst du es aufzustehen? Das ist ganz einfach. Immer wenn ich laufen gehen will, denke ich an Waltraud. Wer ist Waltraud? Meine Tante? Sie ist früher jeden Tag gelaufen, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Ich wollte heute eigentlich auch im Bett liegen bleiben. Aber als ich dann an Waltraud gedacht habe, war es plötzlich kein Problem mehr aufzustehen. Und das funktioniert immer? Na ja, aber Laufen funktioniert sehr gut. Wenn ich Auto fahre, denke ich liebe nicht an sie. Sie war eine fühlbar schlechte Autofahrerin. Was machen wir, Jennifer? Wir haben dann keinen Fantasy Job. Das ist ganz einfach. Immer wenn wir aufstehen wollen, denken wir an Nadine. Guten Morgen. Wie geht's euch? Wo wart ihr denn? Wo wart ihr denn heute Morgen? Wir haben es nicht geschafft, aus dem Bett zu kommen. Ich habe 10 Minuten gewartet, aber als ich dann um 4.15 Uhr noch nicht da war, bin ich alleine gelaufen. Das war jetzt schon das vierte Mal. Wo wart ihr denn? Es tut uns leid. Wir wollten ja kommen, aber wir waren immer zu müde. Wie schaust uns auszustehen? Das ist ganz einfach. Immer wenn ich Laufen gehen will, denke ich an Waltraud. Wer ist vertraut? Meine Tante. Sie ist früh, jeden Tag gelaufen, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Ich wollte heute eigentlich auch im Bett liegen bleiben. Aber als ich dann an Waltraud gedacht habe, war es plötzlich kein Problem mehr auszustehen. Und das funktioniert immer? Na ja, aber Laufen funktionierte sehr gut. Wenn ich Auto fahre, denke ich liebe nicht an sie. Sie war eine fühlbar schlechte Autofahrerin. Was machen wir, Jennifer? Wir haben keine Tante-Titut. Das ist ganz einfach. Immer weniger. Wenn wir aufstehen wollen, denken wir an die. Guten Morgen. Wie geht's euch? Wer war's denn? Wer war's denn heute Morgen? Wir haben es nicht geschafft, aus dem Bett zu kommen. Ich habe 10 Minuten gemacht, aber als ihr dann noch nicht da war, bin ich alleine gelaufen. Das war jetzt schon das vierte Mal. Wo war der denn? Es ist uns leid, wir wollten mir kommen. Aber wir waren immer zu müde. Mir schafft es aufzustehen. Das ist ganz einfach. Immer wenn. Laufen gehen wie. Denk ich halt bald drauf. Wer ist bald drauf? Meine Tante. Wie früher, jeden Tag gelaufen. Bei jedem Bett und jeder Jahreszeit. Ich wollte heute eigentlich auch zum Bett liegen bleiben. Aber als ich dann als weiterhose gedacht habe, war es plötzlich kein Problem mehr auszustehen. Und das funktioniert immer? Naja, aber Laufen funktionierte sehr gut. Wenn ich Auto fahre, denke ich liebe nicht an sie. Sie war eine fühlbar schlechte Autofahrerin. Und was machen wir, Jennifer? Wir haben keine Tante, die Jobs. Das ist ganz einfach. Immer wenn wir aufstehen wollen, denken wir an Nadine. Guten Morgen. Wie geht's euch? Wo wart ihr denn heute Morgen? Wir haben es nicht geschafft, aus dem Bett zu kommen. Ich habe zehn Minuten gewartet, aber als ich dann um vierte Uhr hier noch nicht erwacht, bin ich alleine gelaufen. Das war ich jetzt schon das vierte Mal. Wo wart ihr denn? Es tut uns leid. Wir wollen hier kommen. Aber wir waren immer zu müde. Wie schaffst du es abzustehen? Das ist ganz einfach. Immer wenn ich aufstehe, immer wenn ich laufen gehen will, bin ich dann weitraut. Wer ist weitraut? Meine Tante. Sie ist früher jeden Tag gelaufen, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Ich wollte heute eigentlich auch verbindigen bleiben. Aber als ich dann an weitraut gedacht habe, war es plötzlich kein Problem mehr aufzustehen. Und das funktioniert immer? Na ja, bei Laufen funktioniert es sehr gut. Wenig Autofahrer, denke ich lieber nicht an sie. Sie war eine super schlechte Autofahrerin. Und was machen wir, Jennifer? Wir haben keine Tante gejoggt. Das ist ganz einfach. Immer wenn wir aufstehen wollen, denken wir an Nadine. Guten Morgen. Wie geht's auch euch? Wo war ich denn heute Morgen? Wir haben es nicht geschafft, auf das Bett zu kommen. Ich habe zehn Minuten gewartet. Aber als ich um Viertel vor sieben noch nicht erwartet, bin ich allein gelaufen. Das war jetzt schon das zweite Mal. Wo war ich denn? Es tut uns leid. Wir wollten ja kommen. Aber wir waren immer zu müde. Wie schaffst du es aufzustehen? Das ist ganz einfach. Immer wenn ich Laufen geben will, danke ich an Waltraud. Wer ist Waltraud? Meine Tante. Sie ist früher jeden Tag gelaufen, bei jedem Wetter und zu jedem Jahrzeiten. Ich wollte heute im Bett liegen bleiben, aber als ich dann Waltraud gedacht habe, war es plötzlich kein Problem mehr aufzustehen. Und was funktioniert immer? Na ja, bei Laufen funktioniert es sehr gut. Wenn ich Auto fahre, denke ich liebe nicht an sie. Sie war eine leichte Autofahrerin. Und was machen wir denn nicht? Wir haben keine Tante die Job. Das ist ganz einfach. Immer wenn wir Auto fahren wollen, denken wir an Nadine. Wie geht's euch? Wo waren wir denn heute Morgen? Wir haben es nicht geschafft, Autobeizukommen. Untertitel.